Schon von Januar 2013 bis Juni 2014 trug André Hahn das Trikot des FK. Er wechselte damals vom Drittligisten Offenbach nach Augsburg-Foto, Witters abgestiegen, und doch drinnen geblieben. Weil der FC Augsburg ihn zurückholt. André Hahn, 27, hat für vier Jahre beim FK unterschrieben. Der Offensivmann kommt für 3 Millionen Euro Ablöse vom Absteiger Hamburger SV. 2013-14 spielte er im Augsburg-Trikot die Saison seines Lebens, schoss 12 Tore, war der schnellste Kicker der Bundesliga, 35,4 km pro Stunde, und wurde sogar Nationalspieler. Letzte Saison spielten Augsburgs Martin Hinteregger, L, und André Hahn im HSV-Trikot noch gegeneinander. In der neuen Spielzeit sind sie gemeinsam beim FK-Foto, Witters nachwechseln zu Borussia Mönchengladbach, 2014 bis 2017, und zum HSV, 2017-18, kam der Offensivmann bislang nie wieder an diese Werte ran. Kann Hahn in Augsburg wieder seinen Turbo zünden? Zuletzt war er nicht mehr in den Top 10 der schnellsten Spieler. Sogar die Augsburger Kajubi, Platz 7-34,71 km pro Stunde, und Marcel Heller, Platz 2-37,07 km pro Stunde, waren fixer als er. Hahn kündigt an, DEFKA schenkt mir erneut das Vertrauen und das möchte ich dem Verein, allen Verantwortlichen und den Fans zurückgeben. Am besten mit Turbo und Touren. Thailand will turn Thailand auf Google Plus per WhatsApp verschicken per Mail versenden. okay am besten mit nosso chegar und über die Kosten im ganzenаничствеですね. Tschüss. the